Hallo und willkommen zum nächsten Video über ein weiteres Klemmbaustein-Modell und zwar dieses Mal der Magic Castle Turm oder so ähnlich. Das Ganze haben wir im Livestream gebaut. Es ist ein fantastisches Modell mit ein paar interessanten Bautechniken, reden wir gleich drüber, das ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Preislich liegt das bei um die 50 Euro Normalpreis. Wir haben 969 Steine und ein bekanntes Motiv. Das Ganze ist ein wenig wie mit den Technikmodellen, mit den Sportwagen, mit den Technikmodellen von Lego und den Sportwagen von anderen Herstellern. Ja, man sieht von was es inspiriert ist. Offiziell ist es aber kein Lizenzmodell. Wir haben hier also theoretisch, ich zeige es mal kurz, ja, 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 ja. Ihr seht es hier auch, hier mein schönes Poster, ja, das ist Baradour oder so ähnlich. Offiziell ist es kein Lizenzmodell, das heißt wir haben hier kein lizenziertes Der Herr der Ringe Modell, aber man sieht sicherlich von was es inspiriert ist. Ich muss kurz mal mein Mikrofon retten. Man sieht von was es inspiriert ist. Und auf der einen Seite, ich hatte das im Livestream auch schon mal kurz angesprochen, bin ich ganz froh, dass es sowas gibt, obwohl das natürlich für die rechte Inhaber fraglich ist. Klar, das Design ist ganz klar inspiriert. Und gleichzeitig die Frage, warum macht der Lizenzinhaber selber nicht sowas? Ich finde es schade, dass man sich freut als großer Herr der Ringe Fan, dass jetzt von einem Nicht-Lizenzinhaber sowas kommt, weil es sowas vom Lizenzinhaber schlichtweg nicht gibt. Und ich habe gerne was Inspiriertes, was wenigstens etwas ist. Etwas Inspiriertes anstatt etwas Lizenziertes, was es gar nicht gibt. So ist richtig gesagt. Aber es gibt ja das Gerücht, dass dieses Jahr ein großes Baradour von Lego kommt. Das wäre dann eben genau das hier. Nur einmal als Lizenzmodell von Lego mit entsprechend vielen Steinen. Das wird dann wahrscheinlich auch ein wenig größer als das hier. Gut, wir fangen aber mal vorne an mit dem Karton. Und der ist wunderschön. Wir haben hier einmal den Turm selber so drauf gedruckt. Das sieht man auch ganz gut. Auch hier der Schriftzug ist so golden leuchtend. Auch hier unten die Modellnummer und die Teilanzahl sind sehr schön drauf geprägt. Da unten haben wir auch nochmal Magic Book Series. Damit ist gemeint, dass dieser Turm in einem Buch steht. Davon gibt es auch zum Beispiel eine Zaubererschule. Ein wenig Hogwarts inspiriert. Und so gibt es da verschiedene Modelle eben von dieser Magic Book Series. Hier oben drauf haben wir nochmal diesen kleinen Aufsteller, der dazu gehört. Hier nochmal Magic Castle, Magic Book Series. Also das Modell selber heißt Magic Castle und ist Teil der Magic Book Series. Also das ist die Magic Castle der Magic Book Series. Und hier hinten sehen wir einmal die Features. Wir haben den Turm, der auf einem Buch steht. Wir haben hier oben ein Leuchteauge. Ja, das leuchtet tatsächlich. Und hier unten sehen wir nochmal das Fundament, das in einem Art Lavabecken steht. Und hier unten diesen Aufsteller, der tatsächlich auch einen Print hat. So, das sind die Bauschritttüten. Es sind drei Stück, in denen dann die Einzeltüten nochmal drin sind. Also die Tüten sind nicht wie zum Beispiel bei Lego. Da sind ja die Bauschritte nicht nochmal in Einzeltüten. Hier war in dieser Tüte 1 alles, was, also die Untertüten der Bauschrittstufe 1. Ihr wisst, was ich meine. Bei Lego muss man die aus dem Karton rauskramen. Hier waren die getrennt. Da seht ihr auch die Resteteile. Ich hatte alle Teile soweit vollständig. Thema Teilequalität reden wir gleich drüber. Erstmal gucken wir uns noch die Bauanleitung an. Nichts Besonderes. Wir haben hier einmal eine schöne Darstellung des Modells. Hier hinten drauf nochmal Grimoire Series. Das heißt, es ist jetzt hier schon wieder. Manchmal heißt es ein bisschen anders. Und ja, wir sehen hier eben, das ist jetzt Bauabschnitt 1. Da wird zuerst das Buch gebaut. Bauabschnitt 2 ist dann mehr oder weniger der halbe Turm. Moment. Los schnell. Und ich zeige euch dann gleich auch nochmal ein paar abgefahrene Bautechniken. Das ist dann der zweite Bauabschnitt. Und der dritte Bauabschnitt dreht sich dann hier um diesen Turm, der auch ein bisschen wackelig ist. Ist aber nicht schlimm. Das steht ja in der Regel. Bauabschnitt 3 ist dann wirklich nur dieser Turm. Und dann ist das Ding fertig. Gut. Autofokus klappt soweit gut. Genau. Wir haben insgesamt eine entspannte Bauleistung, Bauanforderungen würde ich sagen. Wir gehen jetzt mal über von Anleitungen in Richtung Bauerfahrung. Es gibt ein paar Sachen, die komisch sind. Zumindest kenne ich sie so nicht. Fängt schon damit an, dass man hier zum Beispiel in diesem Laberbecken sehr wild Steine verteilen muss. Und dann wirklich die Noppen zählt. Hat soweit auch gut geklappt. Man muss da nur immer ein bisschen im Auge behalten, wo was hinkommt. Und das sind übrigens auch sehr schöne, so halbtransparente Plates gewesen. Das sah sehr schön aus. Hier sieht man sie nochmal. Gut, aber. Um mal ein Beispiel für so eine abgefahrene Bautechnik zu zeigen. Diese Buchseiten hier. Hier an der Seite seht ihr, dass da so angedeutet sind, dass das eben ein aufgeschlagenes Buch ist. Und wir sehen hier zwei Seiten, die so am Rande sind halt. Die sind nur gesteckt. Die werden da fixiert und hier nur reingedrückt. Die werden von Noppen gehalten, aber man setzt sie nicht auf die Noppen auf. Man baut hier so ein Rahmenkonstrukt. Hier. Und in diese Lücke wird dann diese Reihe hier aus Steinen reingesetzt. Und erst im nächsten Schritt wird das Ganze befestigt. Und das ist verrückt. Das kenne ich so nicht, dass man tatsächlich in einem Lego-Modell oder in einem Klemmbaustein-Modell eines anderen Herstellers, dass man etwas baut, was wirklich lose ist und dann fixiert. Das heißt also, diese beiden Steinreihen hier sind lose und nur durch diese Buchseite hier fixiert. Gleiches gilt auch für den Turm hier. Da waren ein paar Sachen bei. Ich würde jetzt auch sagen, dass der nicht so super leicht zu bauen war. Es gab ein paar Schwierigkeiten. Ich muss auch ein bisschen nachfixieren nachher, weil ich hier oben Ring falsch eingesetzt habe. Die Konstruktion vom Turm oben an sich, hier ist jetzt nichts Besonderes. Also man baut hier stückchenweise rund um diese Kratzikratz, man baut hier unten diesen Turm-Grundbau. Da kommt dann hier ein Ring drauf im Nachhinein. Dann baut man das ein Stück hoch und dann wird da dieser Turm reingesteckt. Der Turm selber ist von der Konstruktion her auch recht wild. Damit auch sehr viel mit, das sind soweit ich weiß, Technik-Bausteine erarbeitet. Wir haben Achsen, Technik-Elemente. Da werden dann an einem Ring rund um diese Zierelemente eingeklickt. Sodass sich das dann am Ende schließt zu diesem Gebilde, das dann auf dem Kopf steht. Das ganze Gebilde bekommt dann noch so zwei Kanten. Dann schließlich die bekannten zwei Säulen außen. Und last but not least wird das eingesteckt. Es funktioniert erstaunlich gut, ist aber an einigen Stellen ein wenig freemillig. Man arbeitet sehr viel mit schwarzen Gittern, mit diesen Spitzen hier. Ich zeige euch das Modell einfach mal. Wir haben es noch gar nicht angeguckt. Also wir haben einmal das Buch unten. Auch mit einem sehr schönen Farbton. Dann haben wir unten das Eingangstor. Und ihr seht auch schon, der wackelt ein bisschen. Kann auch sein, dass ich den noch fester drücken müsste, aber das traue ich mich nicht. Ich lasse ihn lieber so, wie er ist, bevor mir da irgendwas auseinanderfällt. Er hält auf jeden Fall. Der ist ganz tief drin, da ist nur noch ein bisschen Spiel. Dann haben wir hier einmal dieses Lavabecken. Auch sehr schön. Hier seht ihr auch nochmal diese transparenten Lava-farbigen Platten. Ist alles sehr schön. Und der Turm selber ist dann auch fabelhaft gemacht. Mit diesen ganzen Gittern, mit diesen Zierelementen. Es sieht halt wirklich, ich zeige es euch nochmal an der Stelle. Es ist natürlich nur inspiriert, aber sagen wir mal so, die Inspiration ist sehr nah dran. Es ist schon schick. Und es ist ja nicht so, als hätte man die Wahl. Es gibt das ja schlichtweg nicht mit Lizenz. Und das nochmal ein wenig zu rechtfertigen, warum es schön ist, dass es so etwas gibt. Genau, wir haben also jetzt hier, ich nehme das hier zum Beispiel ab. Das ist jetzt zum Beispiel so ein schwarzer Turm hier. Ist auch wieder sehr viel mit diesen, ich glaube, Speerspitzen sind sehr simpel gemacht. Sieht aber eben im Ergebnis wirklich sehr schön aus. Dadurch, dass hier überall diese Elemente sind, bekommt man diesen klassischen Barad-Dur-Touch. Das gleiche wäre natürlich auch geil mit Orthank. Das ist der von Isengard, der Turm, in dem Saruman lebt. Genau, und ansonsten ist es, ups, jetzt brauche ich hier schon was auseinander. Von der Konstruktion her recht simpel. Von unten ist es auch ein Gestell, auf das man dann diese Platten auflegt. Ist stabil gebaut. Keine komischen Farben drin. Das kann man auch so hochheben. Da fällt nichts, da rutscht nichts, da wackelt nichts. Alles stabil. Und dann hat man ein Türmchen. Von den Maßen her, ich weiß gar nicht, ob die hier draufstehen. Sonst müsste ich die mal schnell nachgucken. Wartet mal. Wartet mal, gib mir einen Moment. Der, fast 50 Euro aktuell, 5% Rabattcoupon, 30,5 cm hoch, 12,7 cm tief und 20,3 cm breit. Genau, mit dabei ist dann auch noch, das will ich auch nicht unerwähnt lassen, das wahrscheinlich Lizenz- oder rechtemäßig kritischste Element ist sicherlich dieses Print hier, weil da eben Barad-Duo wirklich draufsteht und ich denke mal, das wäre dann ein Lizenzbruch, schätze ich mal, weil das ja im Nachhinein eben jetzt der erste klare Verweis ist in Richtung Barad-Duo. Alles andere ist ja nur inspiriert. Hier haben wir jetzt einmal die Namensnennung. Das ist ein Print, ein wunderschöner Print. Seht ihr auch, sehr gute Qualität. Kein Aufkleber. Und dann hier auch nochmal eine Miniatur-Version. Das ist recht simpel gebaut, wird von hinten gehalten und kann man dann so schön daneben stellen. Genau, Teile-Qualität. Die Teile haben eine immense Klemmkraft. Teilweise glaube ich, weil die Passgenauigkeit nicht so hoch ist, ändert aber nichts daran, dass insgesamt die Teile sehr gut halten. Also man bekommt teilweise Fingerschmerzen, so stark greifen die, heißt gleichzeitig aber auch, es ist sehr stabil. Was der Turm wackelt, macht die Teile an sich wieder gut. Einziger Kritikpunkt ist, dass A die Steine sehr krasse Angriffspunkte haben. Ich suche gerade mal ein Beispiel dafür. Ich kann mal hier drunter gucken. Wenn ich hier einen Angriffspunkt finde. Ja, da zum Beispiel. An der grauen Noppe. Und das hat nahezu jeder Stein. Also jeder Stein hat einen klaren Angriffspunkt. Und daran sieht man dann, dass die Teile-Qualität nicht außerordentlich gut ist. Es ist vollkommen in Ordnung. Mich stört sowas auch nicht, denn ich gucke mir die Teile meistens aus der Ferne an. Dann sieht man es eh nicht. Aber man sieht auf jeden Fall auf jedem Stein, überraschenderweise, außer hier auf dem Print, sieht man einen Angriffspunkt. Außerdem sind die glatten Steine, wie zum Beispiel hier diese Randsteine. Wenn wir mal den hier als Beispiel nehmen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Autofokus. Ja, da, da sieht man es ein bisschen. Die sind ganz schön zerkratzt. Also auch die Fliesen, die haben auch ein paar Kratzer. Also die Steine-Qualität ist in Ordnung. Man sieht Kratzer. Hier ist auch ein ganz deutlicher Kratzer drauf, zum Beispiel. Aber da sieht man es, glaube ich, ganz gut. Aber in der Preisklasse, in der wir uns bewegen, ist das vollkommen in Ordnung. Also ich bin froh, dass es dieses Modell gibt, für diesen erschwinglichen Preis. Feature. Feature, Feature, Feature. Ich muss mal kurz meine Lichter ausmachen. So. Denn das gute Auge leuchtet. Die haben meine Kamera belichtet jetzt sehr stark nach. Das Auge leuchtet. Das Auge selber hat auch einen Print, der wahrscheinlich auch rechtemäßig ein bisschen fragwürdig ist. Na, komplett ruhig. Das Auge leuchtet. Und zwar ist hier unten unter dem Auge selber in den Stein eine Batterie eingearbeitet. Die kann man nicht tauschen. Die kann man auch nicht laden. Wenn leer ist, ist es leer. Das Auge hat aber tatsächlich eine Leuchtefunktion. Dazu dreht man einfach unter dem Auge hier diesen Stein. Und dann geht das Licht an oder aus. So ein bisschen drehen. Und dann ist das Licht an. Und dann hat man einen wunderschönen Das-Auge-Effekt von der Herr der Ringe. Hat auch auf Anhieb funktioniert. Ist ein bisschen ärgerlich, wenn die Batterie leer ist, ist es leer. Es ist schade, dass das nicht irgendwie eine wechselbare, wie heißt es, so eine flache Batterie ist. So eine Batteriezelle. Aber es ist, wie es ist. Sprich, wenn es leer ist, kann man dann da eben, oh Gott, nicht mehr auf das Licht zurückgreifen. Ich mache das gerade nochmal aus. So. Und zeige euch nochmal hier den Print auf dem Auge. Und da sehen wir, ja, es ist inspiriert. Natürlich ist es das Auge von Sauron, das nach dem Ring sucht. Gibt den Ringen her. Auch ein sehr schöner Print. Die Kugel hat tatsächlich auch hier an der Seite Kratzer. Also man sieht das an den Steinen generell, dass da wirklich mehrere grobe Spuren zu sehen sind. Ich finde es nicht wild. Mir ist es echt egal. Aber wer da Wert drauf legt, der sei gewarnt. Also man bekommt sehr viele schwarze Teile, sehr viele kleine schwarze Teile, die aber teilweise Kratzer haben. Aber wenn das nicht stört, der bekommt hier auf jeden Fall ein solides Bauerlebnis. Das Bauen macht extrem viel Spaß. Die drei Abschnitte sind pro so eine Stunde, würde ich sagen. Gute drei Stunden ist man beschäftigt. Und am Ende hat man einen, wie ich finde, für die kompakte Größe so schönen magischen Turm. Ja, es ist Barad-Dur, machen wir uns nichts vor. Und für die Größe ist es halt wirklich wunderschön. Wenn man sich das so irgendwo in eine Vitrine stellt oder auf ein Bücherregal stellt, schön neben die Herr-der-Ringe-Bücher oder sowas. Es ist schon schick. Und deswegen also von meiner Seite her eine klare Kaufempfehlung. Wenn es das natürlich als lizenziertes Modell gibt, wäre es natürlich schön, die lizenzierte Version zu kaufen. Auch den Lizenzgeber, der ja nun mal die Rechte hat, zu unterstützen, ist klar. Wenn es ein guter Rechteinhaber ist. Aber ich habe ja schon mal gesagt, ich bin froh, dass es die Möglichkeit gibt, sich inspirieren zu lassen und mit Inspirationen etwas nachzubauen, sagen wir mal so. Denn sonst würde es das ja gar nicht geben. Und aktuell gibt es von Barad-Dur gar kein Klemmbausteinmodell. Obwohl Lego die Rechte hat. Und das ist sehr schade. Ich hätte mir das Set-off von Lego gekauft für mehr Geld. Aber es gibt es ja einfach nicht. Und deswegen bin ich froh, dass es andere Hersteller gibt, die sich inspirieren lassen von zum Beispiel Barad-Dur. Einen ähnlichen Turm bauen und man so dann eben doch irgendwie etwas Herr-der-Ringe-Gefühl beim Bauen eines Turms bekommt. Gut, in dem Sinne. Also von mir eine klare Kaufempfehlung. Drei Stunden seid ihr beschäftigt, habt eine schöne Bauerfahrung und am Ende ein wunderschönes Modell für eure Vitrine. In dem Sinne. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und es gibt noch eine Menge zu bauen. Ich habe das Der Herr-der-Ringe-Bruchtal-Set. Das richtige große Bruchtal-Set. Eines der besten Sets 2023. Hinten stehen, original verpackt, noch nie ausgepackt. Das bauen wir zusammen. Also schaut ruhig im Livestream vorbei, hier auf YouTube. Da könnt ihr mir gerne beim Bauen zusehen, kommentieren, mit mir drüber quatschen. Oder mit mir drüber schreiben, was wir da gerade bauen. Und auch zu dem Bruchtal-Set wird es dann so ein Video hier geben, in dem wir nochmal die einzelnen Bauabschnitte und so weiter und so fort besprechen. Das war Magic Castle von der Magic Book Series. Ich würde es nennen Barad-Dur. Und es ist natürlich nicht Barad-Dur. Es sieht nur so aus. Und beim nächsten Mal gibt es dann das nächste Modell. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.